Holit, Bellingham, Mbappé! Jawoll! 75. Also Juli und Hasso, diesmal, ne was heißt diesmal, selbes Bild von links nach rechts, in Blau-Weiß, Heimtrikot für unsere Jungs von rechts nach links. Schalke links nach rechts, rechts nach links, unsere Jungs. Fehlt die Leichtigkeit, der sich dem Wolf tanzt, wahre Worte. Wie sieht es bei Rebels mit einer E-Academy aus? Kunku 2-1. Erneuter Rückstand, siebte Spielminute, das ist früh. Alles machbar. Dominik, ich denke dieses Jahr nicht mehr. Nächstes FIFA-B-Mini hundertprozentig sicher. Allerspätestens übernächstes FIFA wird es auf jeden Fall auch wieder ein Scouting-Turnier geben. Aber im Moment zumindest halten wir uns das natürlich alles offen, aber es gibt jetzt keine konkreten Pläne, die ich da irgendwie liegen könnte. Schöner Ball da auf den Flügel, auf Walker, den musst du jetzt natürlich in der Mitte noch mit einem Abnehmer finden. Jetzt ist der Abnehmer da, Dembélé will den nochmal querlegen zu R9. Der kommt aber leider nicht an. Renz hat jetzt wieder einem Rückstand hinterher. Das ist so ein bisschen bitter. Bellingen mit dem neuen Ball da raus auf die linke Seite. Alexandro Bellingen. Gut verteidigt. Jetzt dann bitte mitnehmen. Nein. 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 Dembele Ja, es fehlt die Anspielstation in der Mitte, Ball verspringt ein bisschen glücklich dadurch nochmal die Möglichkeit Bellingham Kulit, der kommt an Mbappé Mbappé, ja, den will er dann weil in der Mitte der Ball eigentlich da auch schon fast verloren war doch nochmal querlegen Schade, aber auch hier wieder Möglichkeiten werden sich erspielt Man läuft erneut dem Rückstand hinterher aus der siebten Spielminute Gut dazwischen Jetzt anlaufen und vielleicht machen Komm es wieder dazwischen Läuft noch nicht so wie man es möchte Ja, fast den Fuß dazwischen Und Kunku Messi geklärt vielleicht jetzt mal eine Möglichkeit das lang zu machen Keine Abseits aber auch keiner so richtig auf dem zweiten Pfosten Der kommt an Der kommt an 2 zu 2 42. Spielminute der erneute Ausgleich wichtig vor Ende der ersten Und sofort das hat man auch gesehen bei Anders wieder ein bisschen mehr Zuversicht in den Augen So ein bisschen muss man das Ganze ja alles deuten Kann mich ja nicht nur hier auf das verlassen was man auf dem Platz sieht 1 zu 1 Es zählt in den kommenden 45 Minuten für die Jungs Nach Umut nochmal Der Blick Der Fokus Der Wille zum Sieg ist da Rein in die letzte Halbzeit Ball erst mal ein bisschen zuspielen ein bisschen Sicherheit bekommen Der könnte klappen wenn der mit ein bisschen Glück nochmal langsamer verspringt kriegst du da sogar noch eine Möglichkeit drauf zu zimmern kommen sich die ins Unter Druck, kann sich befreien. Der Ball zu Bellingham. Schade. Teilweise sehr lange Druckphasen, die wir hier sehen, auch wenn die Abschlüsse noch so ein bisschen fehlen, jetzt eine Möglichkeit, Mbappé, Varane ist dazwischen, Pressing kommt von Schalke, allerdings können sie sich daraus befreien und mit einer Möglichkeit vielleicht über rechts kommen, Mbappé, da wird gefoult, 61., kurze Verschnaufpause und dann 0-0 zwischen Köln und Bochum in der 42. Hinspiel, eine 0-1, eine Führung für Totem, in der Partie gegen die Wolfsburger im ersten Spiel, da läuft, glaube ich, gerade das zweite Spiel. Bei Iconic noch nichts Neues zu berichten. Köln. Mbappé. Sehr stark dazwischen. aber rebound erst mal wieder für schalke dann aber gut geschalten schnell geschalten jetzt gibt es die möglichkeit mit dem baby da zumindest vorzugehen kurzen moment überlegt ob er da auch zum schuss ansetzt oder zur flanke besser gesagt nicht nicht gewählt weil doch ein bisschen risky gewesen wäre mbappe nächster abschluss bisschen glück dass er da glaube ich überhaupt zum abschluss kommt holt berlingham mbappe jawohl 75 3 zu 2 und mal direkt in die pause bitteschön wichtig sehr sehr wichtig anders bekommt aber auch immer wieder wirklich herz allerliebste grimassen dahin das ist die jugendliche leichtigkeit in den gesichtern der anderen profis sieht man stattdessen dann häufiger eher pure verzweiflung dass man so ein spiel noch spielen muss so weiter geht's vorne berlingham bappé ist gestört ball bleibt trotzdem erstmal bei den schalkern ist der anstoßball da muss man natürlich aufpassen druck anstoßball 33 und im gesicht von umut siehst du das wirklich wie wie sehr ihn momentan fifa frustet auch bei anders der coach scheint auch bei ihnen da warm zu sein berlingham berlingham weiter geht's und halt dann noch mal raus vielleicht auch noch mal so eine möglichkeit fragezeichen aus der aus dem anstoßball aber nein nicht so wie er hofft mbappé schöne körperdrehung bisschen glück und dann aber auch pech fand das alles gut 89 zu spiel minute schalke in den nächsten verlängerung fragezeichen jungs dazwischen verlängerung ja eins können wir schon mal mitnehmen die schalker im letzten elfmeterschießen gegen köln haben sie nicht gut ausgesehen sehr oft links unten und dann oft vorbei oder oder brachial also nicht brachial also zu lahm über die mitte das ist die zweite alternative gewesen die erste hälfte der verlängerung ronaldo ein schöner chip auf mbappé aber der kommt nicht durch ich komme es dazwischen armin vielen lieben dank für den follow ja zwang du sagst es durchatmen den abend haben wir uns bis hierhin glaube ich alle anders vorgestellt ronaldo und mbappé quer zu holitz der kommt durch das ist wild aber gut dafür dann in der mitte erneut nicht erfolgreich schalke läuft sich selber übernaufen das ist schon mal vielleicht eine gute möglichkeit die daraus resultiert aber es ist ein eins gegen zwei und der ball verspringt dann auch noch so Daniel ist im sunshine modus boah was sind das für bälle was sind das für bälle die da verspringen cr 7 3 200 fünfte was ist das für ein murks spiel das kannst du doch keinem anbieten das kannst du doch keinem anbieten so so 15 minuten 15 minuten n Kommt nicht an, aber vielleicht eine Grätsche, die das Aufbauspiel verhindert, da ist der Ball dazwischen, das klappt, R9 über San Maxima in der Mitte, vielleicht zu Mbappé, Riesenmöglichkeit, 110, 111, weiter Jungs, einfach jetzt pushen, nur noch Mendes, in die Mitte hinein, auf den zweiten Pfosten, das Dili noch dazwischen, kriegt er den noch, nein, aber gibt einen Wurf für unsere Jungs, der kommt nicht an, das ist bitter, Mbappé, fast sogar bekommen, gut drauf gewartet, Anders schüttelt sich kurz, ärgert sich, dass er den da nicht bekommt, auch der, Vini, nimmt den noch ein zweites Mal mit, dranbleiben, die wollen nicht mehr angreifen, das ist klar, oder wenn dann irgendwie jetzt auf Krampf das Ding, die wollen es eigentlich nur über die Zeit tragen, fünf Minuten sind nur noch zu gehen, und das ist leider normal, das Schlimme daran ist, das Murks-Game, was vorher war, oder das Murks-Tor, R9, jetzt bitte, Oh, der geht frei, und dann steht da nochmal ein Fuß dazwischen, 119, nochmal nach außen, weiter dranbleiben, Ecke, Mendes, nochmal hinten rum, über die Mitte, wie geht dieser Ball da hin, das kann es nicht sein, und jetzt geht Schalke einfach nur noch darauf, diesen Ball zu halten, einmal noch zurück, Das ist nicht schön!